ahoi und willkommen zu einem neuen video ja ihr habt länger nichts von mir gehört aber es geht weiter war ein bisschen schlecht mit der zeit in letzter zeit und ich bin gerade an einem neuen spot gar nicht weit von mir weg das erste mal also erste fahrung das heißt die erste fahrt runter wird jetzt nicht ganz so schnell stattfinden und mir das ganze erstmal angucken sah aber beim rauf schon sehr interessant aus sind doch mehr höhenmeter als man von dem kleinen berg von außen ansieht aber ich würde lange reden würde sagen kamera dran und los geht's so wie gesagt erste fahrung und ich muss mir jetzt erstmal alles angucken ich hab ganz leichten gang drin scheiße den richtigen gang sollte man auch wählen nicht ganz so einfach die kurve jetzt weiß ich warum die anderen teilweise so fahren ein kleiner sprung so ein kleiner kecker so ein bisschen gegensonne ich hoffe ihr seht mich erste abfahrt war cool geht ratzfatz ist mal wieder unten ja also hoch und wieder runter bis gleich so geht es auf die zweite abfahrt zweite feierabendrunde wollen wir oder also Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, man. Weiter, weiter weiter